Kette des Gehorsams Wir alle kennen den Begriff Befehlskette. Er wird meistens benutzt im Zusammenhang mit den Machtstrukturen des Militärs, von Firmen oder Regierungen. In Wirklichkeit betrifft er jedoch die gesamte Gesellschaft. Befehlskette klingt mächtig und es gibt den Offizieren, den Bürokraten und den gekauften Diktatoren dieser Welt einen Antlitz von Wichtigkeit und Rang. Aber der Begriff ist trügerisch. Hinter ihm verbirgt sich ein offenes Geheimnis. Macht geht nicht von Personen aus, die Befehle erteilen. Ein Befehl ist bedeutungslos, wenn man ihn ignoriert oder sogar verspottet. Gehorsam ist die wahre Quelle von Macht. Es ist die Kette des Gehorsams, nicht die Befehlskette, die kumulierte Kraft der feigen und gefügigen Bürger, die es schlechten Menschen ermöglicht, Macht zu erlangen. Kannst du dir vorstellen, wie man Napoleon behandeln würde, wenn er heute auftaucht und befiehlt jemanden zu erschießen? Wahrscheinlich würde man ihn auslachen und anschließend in die Klapse stecken und ihn unter schwerer Medikation in eine Gummizelle tun. Oder sie würden einfach nur über ihn lachen. Ohne Personen, die trainiert worden sind, ihnen zu gehorchen, sind selbst die grausamsten Staatsoberhäupter nicht gefährlicher als ein Taschendieb oder Räuber. Es mag durchaus sein, dass die heutige Welt von einer debilen Bande gezüchteter Wahnsinniger regiert wird. Vor denen fürchte ich mich allerdings nicht. Ich fürchte mich vor den indoktrinierten Massen, die mich auf der Stelle erschießen würden, gebe man ihnen nur den richtigen Befehl. Ich fürchte mich vor der Herde von wohlmeinenden Idioten, die glauben, dass geschriebene Gesetze und Autoritäten um jeden Preis befolgt werden müssen, selbst auf Kosten offensichtlicher Moralität. Das Personal der Todesschwadronen und Konzentrationslager unserer Geschichte bestand nicht aus Rebellen und Dissidenten, sondern aus denen die Vorschriften befolgten. Das Problem ist nicht die Befehlskette, es ist die Kette des Gehorsams. Das Personal der Todesschwadronen und Kette des Gehorsams.